Hi! Sobald du anfängst, dich mit dem Thema Alkoholkonsum in Deutschland zu beschäftigen, wird dir ein Satz immer wieder begegnen. Und der lautet, insgesamt geht der Alkoholkonsum in Deutschland zurück. So ein richtiger Wohlfühlsatz, ne? Die Politik klopft sich auf die Schulter, Prävention scheint zu wirken und die Alkoholindustrie, die kann schön argumentieren, nee, nee, wir wollen mit unserer Alkoholwerbung gar keine neuen Kunden gewinnen oder die Jugend, wir wollen uns nur gegen die ganze Konkurrenz behaupten und die gewinnen, die eh trinken. Der Konsum geht ja zurück. Der Punkt ist nur, zum einen steigt der Alkoholkonsum wieder leicht. Laut aktuellem Jahrbuchsucht sind wir in Deutschland wieder bei durchschnittlich 10,7 Litern Rheinalkohol und damit bei 0,1 Litern mehr als im Jahr zuvor. Wobei ich kurz anmerken muss, im aktuellen Jahrbuchsucht stehen die Zahlen von 2018. Es dauert immer etwas, bis die Zahlen erhoben und ausgewertet sind. Und wie Corona sich ausgewirkt hat, wissen wir also zum Beispiel noch nicht. Und zum anderen, ja, im Vergleich zu den 80ern trinken wir tatsächlich weniger. Da waren wir mal bei unfassbaren 15 Litern Rheinalkohol. Ein absoluter Irrsinn. Ein Irrsinn, der den Irrsinn, der heute abgeht, leider relativiert. Dieser Vergleich mit den 80ern, der suggeriert immer, dass wir auf voll dem guten Weg sind. Aber Tatsache ist, was momentan konsumtechnisch in Deutschland los ist, das ist immer noch Irrsinn. Um das zu erkennen, habe ich mal umgerechnet, was 10,7 Liter Rheinalkohol im Jahr eigentlich bedeuten. Denn darunter können sich einfach nur de facto Fachleute etwas vorstellen. Und wenn du hörst, was für Mengen das sind, dann wird mein Punkt wahrscheinlich deutlich. 10,7 Liter Rheinalkohol pro Kopf, pro Jahr, bedeutet je nach Sorte Folgendes. Rund 119 Flaschen Weißwein, rund 428 Flaschen Bier, und zwar die Halbliter Dinger, und rund 27 große Einliter Flaschen Wodka. Das ist in Deutschland der durchschnittliche Konsum aller Erwachsenen ab 15 Jahren. Und das ist der Durchschnittswert. Da sind also auch alle drin, die nicht trinken. Alle, die aufgehört haben und alle, die nie angefangen haben. Nicht umsonst gelten wir sogar innerhalb der Hochkonsumregion Europa als Hochkonsumland. Nicht umsonst sterben hier jährlich 74.000 Menschen allein an Alkoholvergiftung und Leberzirrhose. Das ist zahlenmäßig in etwa so, als würde einmal pro Jahr ganz Bayreuth sterben. Oder einmal pro Jahr die komplett besetzte Allianz Arena. Nur wegen Leberzirrhose und Alkoholvergiftung. Oder einmal das komplette Olympiastadion. Hinzu kommen Todesfälle durch eine der über 200 Krankheiten, die Alkohol neben Leberzirrhose noch verursacht. Zum Beispiel Brustkrebs, Mund-, Rachen-, Kehlkopf-, Speiseröhren- und Darmkrebs, Bluthochdruck, Diabetes, Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Hinzurechnen müssen wir auch die Selbstmorde, die auf die unfassbaren Angstzustände und Depressionen zurückgehen, in die Alkoholkonsum manche von uns treibt. Außerdem müssen wir natürlich auch noch Auto- und Maschinenunfälle hinzurechnen. Stürze, Ertrinken oder Verbrennen. Diese Tode dürften also insgesamt in die Hunderttausende gehen. Jährlich. Aber der Konsum geht ja zurück seit den 80ern. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du darüber denkst. Es würde mich sehr interessieren, das zu hören bzw. zu lesen. Gib mir gerne einen Daumen hoch und bitte abonniere diesen Kanal. Falls noch nicht geschehen, da würde ich mich auch total drüber freuen. Ich wünsche dir alles Liebe und sag bis bald. Tschüss! Eher 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 Untertitelung des ZDF, 2020